Yannis Luzis ist ein ehemaliger Speerwerfer und Olympiasieger von 1968. Der Lette trat bei internationalen Wettkämpfen für die Sowjetunion an. Luzis wuchs zunächst im Zweiten Weltkrieg auf. Sein Vater wurde kurz nach Kriegsende 1945 von plündernden sowjetischen Soldaten erschossen. Seine Karriere als Speerwerfer begann 1957 und dauerte bis 1976. In dieser Zeit nahm er an vier olympischen Spielen teil. Den ersten großen Erfolg feierte er mit dem Gewinn der Europameisterschaften im Jahre 1962, der drei weitere EM-Titel folgten. Bei den olympischen Spielen 1964 in Tokio gewann er die Bronze-Medaille, vier Jahre später in Mexiko-Stadt wurde er Olympiasieger. Bei den Spielen von München 1972 schlug ihn in einem legendären Duell der deutsche Klaus Wolffermann mit 90,48 Meter um ganze zwei Zentimeter. 1976 in Montreal wurde Luzis noch einmal Achter. Er war außerdem mehrmals Weltrekordhalter, zuletzt mit der am 6. Juli 1972 in Stockholm geworfenen Weite von 93,80 Meter. Nach seinem Rücktritt arbeitete Luzis als Speerwurftrainer. Er ist mit der Speerwurf-Olympiasiegerin von 1960 Elvira Ozzoliner verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Woldemars Luzis nahm ebenfalls als Speerwerfer an den olympischen Spielen 2000 und 2004 teil. 2014 fand er Aufnahme in die IAAF Hall of Fame.